Freistoß kommt, Freistoß ist drin, ist ja unfassbar. Das ist doch unfassbar, 118. Minute und jetzt hat dieses Spiel endgültig seine Pointe. Kampenberg ins Achtelfinale zu schießen und jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Überraschung perfekt, Michael Lang ist es, der hat die Obersteiner ins Achtelfinale schießt, die Admira ist draußen. Musik 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 Wie wir eben auch in der Vorsaison schon miterlebt haben, der Pass, der kommt gut auf Eloschwili. Puschel geht in Position, der kommt auf Puschel. 1 zu 0, 25. Minute. Ein Hold in One für Matthias Puschel. Musik Musik Geht wieder in das 1 gegen 1, macht auch gut, Mikic. Noch immer Mikic, was war der vor? Mikic, die Möglichkeit für Mensa, 1 zu 0, Kapfenberg. Sensationell. Und der wird natürlich da auch abgefeiert an der Seitenauslinie. Musik Schon wieder Mikic, der seine Gegenspiele überläuft und diesmal macht er das Tor. Sechzehnte Minute, 1 zu 0. Musik 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 Chance für Eloschwili. Immer noch Eloschwili. Boah, 2 zu 1 für Kapfenberg. Musik Musik Marvin Herrnaus. Jetzt kann er sein Tor machen. Herrnaus vor Bayern nichts. Aber der Winkel schleicht, trotzdem macht er das Tor. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.